Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Super Mario Odyssey. So, was können wir denn hier machen? Vielleicht sind dort ja noch Munde. Frag mal Cappy. Ich beleg gerade, wo könnte denn noch einer sein? Ich weiß nicht, ob hier noch welche sind, ehrlich gesagt. Ich würde einfach mal sagen... Wir fahren zu einem sonnigeren Ort. Eine Folge Polarland muss reichen. Wir haben schon ein paar Munde eingesammelt, ja. Ich war jetzt nie so entfernt von dem Polarland. Los. Wir gehen mal in Schlemmerland. Mal gucken, was dort ist. Vielleicht gibt es ja mehr coole Sachen dort. Oh Gott. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. So. Und? Schlemmerland. So. Hä? Der Momquartal leuchtet hier ebenfalls. Ich glaube, auf dem Platz ist irgendwas los. Auf dem Platz? Ja, was willst du mir denn sagen? Wir kommen und das Schlemmerfestival zu besuchen. Geh bitte noch weiter zum Schlemmerplatz. Aha. Kommen wir dort einfach so hin? Wir machen ja erstmal hier. Ja. Erstmal müssen wir... ...den Quarta da aktivieren. Sprinten wir doch mal hin. So. Aktiviert. Ah, es ist nur so wenige gibt's. Ist ja lame. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Schlemmerplatz. Ein Festival? Boah! Oh! Oh! Köstlich ist das neue Lecker! Oh! Oh! Entschuldigung. Wow! Ich bin eigentlich mit meinem Kumpel hier, aber er ist direkt mal auf eigene Faust losgezogen. Er ist ein ziemlicher Nimmersatz. Er sitzt bestimmt bei jemandem auf dem Kopf und beschnuppert die herrlichen Düfte hier. Oh! Sollen wir den mal suchen? Oh! Ist das süß, dieses Festival! Okay. Okay. Ist das süß. Mit seinem leuchtenden Farben und den unwiderschlichen Luft in der Luft ist dieser Ort ein wahres Paradies. Ganz egal, was man hier kostet. Versäglich habe ich in den Mond gebissen. Ich beiße auch einfach so in den Mond. Das ist so geil, ey. Ich habe einfach in den Mond gebissen. Was macht der hier? Irgendwie komisch aus. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Wenn du eine Rübe findest, wirf sie einfach in den Topf. Okay. Jetzt sollen wir wieder Rüben finden. Und? Kommt natürlich nix. Natürlich. Gibt es der denn irgendwo... Nö. Kein... Kein Mond. Okay. Dann reisen wir mal dahin, wo es die Monde gibt. Aha. Schauen wir doch mal, was dort ist. Ach du Scheiße. Au. So. Au. Ist ja leicht unfair nur. Ach so. Hier ist unser schnappender Freund. So. Da oben ist auf jeden Fall einer. Ja. Ups. Okay. So. Und Dort Natürlich auch nicht Was ist heute nur los? Wieso muss ich schon dein Leben an dir verlieren, du Blödi? Wie uncool Muss das jetzt ernsthaft wieder passieren? Natürlich Ach, das ist doch doof Also da sehe ich schon mal einen Ich habe einen Ich habe einen Und Ich habe einen Ach, verdammt. Ach, verdammt. What's this? Okay. Ich mache das in der nächsten Folge. Sonst kriege ich ja noch einen Anfall. Okay, was gibt es denn hier noch Schönes? Nach da oben kann man doch bestimmt auch. Hm. Was ist denn dort? Schauen wir uns das doch mal an. Nee, hier ist so eine doofe Plattform. Wer ist denn da hinten? Wer hat sich wieder den Arsch verbrannt? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Nochmal verarscht, verbrannt. Unglaublich. Wer ist denn da hinten, ist jetzt die Frage. Ist da Todd da hinten? Ich glaube schon. Okay. Wir gehen mal wieder zum Festival. Dort gefällt es mir besser. Ist das nicht schön? So Leute, das war es erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Tschüss.